Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Metroid Fusion ähm Let's Play Metroid Zero Mission nicht Fusion. Ja jetzt das letzte Mal sind wir in Quaid stehen geblieben und haben uns glaube ich auch schon die ersten Türen angeschaut. Kann ich das tun und ich wollte da durch die Tür. Deswegen glaube ich einfach nur mit ner Rakete genau. Ja und deswegen gehen wir auch hier einfach mal grad weiter. Aber hier, ja genau hier scheinen wir, ja wir kommen hier nicht weiter. Da komme ich jetzt überhaupt hier nochmal raus. Glauben wir es nicht. Ah doch wir haben es noch mal geschafft. Sind aber dabei fast draufgegangen. Also wäre es schon fast sinnvoller. Ähm, einfach. Ja war ja klar. Hier können wir durch. Ich habe aber das Quilter waren wir letzte Woche schon. Oder, ja doch. Ähm. Okay, wir machen es einfach so. Weil anscheinend wir, dass sich so nicht festhalten. Ja genau, hier waren wir schon. Hier ging es nicht weiter. So, jetzt hält er sich aber fest. So, jetzt hält er sich aber fest. Und wir gehen weiter nach unten. Okay, hier können wir nach unten. Okay, hier können wir lang. Das ist schon mal gut. Hier können wir aber nicht lang. Ähm. Okay, mit dem Bandsprung können wir hier hin. Auf jeden Fall mal. Und auch noch mal. Ich habe das Gefühl, hier sind wir auch falsch. Aber ich kann mich auch einfach gucken. Dann müsste ich nicht unsere ganze Munition verschießen. Hier kommen wir auch erst später ran. Hier kommen wir auch erst später ran. Und hier kommen wir auch nicht weiter? Ne. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir da unten hinweilen runterfallen. So, die sind auch so besiegbar. Leiden wir jetzt gar nicht erst unsere ganze Mistseil-Munition verballern müssen. So. Ja, wenn wir nicht denn jetzt als erstes abschießen können. So. Ähm. Okay, okay, okay. Hier ein bisschen Energie. Ja, wir sind ziemlich kurz vorm Sterben. Aber die können wir einfrieren. Hier ist irgendwas mit Shosu. Ah, genau. Hier ist was. Geht das so? Okay. Dann hätte man da schon mal eine Abkürzung gefunden. Oder ist das eine Abkürzung? Vielleicht müssen wir da auch circa lang. Das ist eine Karte. Okay. Da oben gäbe es eine Speicherstation und verschiedene Sachen. Da gibt es wahrscheinlich einen alten. Wir müssen da unten irgendwo hin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz zurück laufen. Also was heißt ganz zurück? Ein bisschen zurück. Ah, der schubst uns zurück. So, wieder ein bisschen Munition verschossen. Aber ich glaube, sonst wären wir gestorben. Wir bekommen ja wieder Energie zurück. Von daher ist es nicht ganz so tragisch. Aber. Hier wollen wir rüber. Ähm. Jetzt kommen wir hier wahrscheinlich nicht weiter. Also gibt es hier auch nicht lang. Dann hat es vielleicht doch was mit dem auf sich. Dann hat es vielleicht doch was mit dem auf sich. was hier war. Was anderes wüsste ich auch jetzt nicht. Wo wir da sonst groß hin sollen. Ich meine, hier ist auch überall nichts. Dann komme ich jetzt überhaupt noch hoch. Ja. Okay. Dann können wir auf jeden Fall noch hoch. Ähm. Vielleicht wenn wir hier irgendwas hier machen. Ich könnte mir vorstellen, was ich machen könnte, um an die Missiles ranzukommen. Aber wie es hier oben weitergehen soll, das verstehe ich leider nicht. Oder wie wir hier allgemein weiterkommen sollen. Was hier wahrscheinlich einfach. Indem wir hier einen einfrieren. Ja. Einfach gesagt. Ja. Hier geht es auch nicht weiter. Ähm. Dann verstehe ich es doch nicht so ganz. Wie können wir die Karte aufrufen. Da hinten würde es noch ein bisschen weiter gehen. Und normalerweise müssen wir entweder da rechts lang, wo wir nicht weiter kommen. Moment. Äh. Da könnten wir. Ja. Aber da kommen wir auch nicht weiter. Ähm. Ich speichere jetzt erstmal. Hat zwar keinen größeren Sinn. Wir haben ja nicht so viel erreicht. Vielleicht habe ich auch einfach eine Wand übersehen, die man zerstören kann. Ich versuche es jetzt einfach mal hier. Ja. Hier wird es doch bestimmt auch. Ah genau. Hier gab es das hier. Hier komme ich erst recht nicht weiter. Da fällt man ja direkt ein Glaber. Dann, wenn man es jetzt noch nicht weiter geht. Egal. Hier könnte ich es noch mal versuchen. Aber hier war auch so eine. Ah ne. Hier war ich noch gar nicht oder? Ah doch. Da komme ich auch nicht weiter. Hier war auch so eine. hier kommt man nur wieder hoch so normalerweise will ich hier überhaupt nicht muss da lang warum schaffe ich den sprung jetzt nicht hier komme ich ja auch nicht weiter gibt es hier irgendwas verstecktes hier ist aber auch überall nichts versteckt also ehrlich gesagt verstehe ich es momentan nicht so ganz gut ich muss ja hier irgendwas geben ich muss ja hier irgendwas geben damit erreicht aber auch nichts und hier haben wir nur die misser ist was das wirklich nur für eine abkürzung gedacht also ich finde nicht den weg hier sogar ein schild dass wir nach oben wir können nicht nach unten geschleudert werden wir müssen ja das heißt entweder hier lang da unten lang oder da oben lang da oben lang geht es aber sicherlich auch nicht weiter uns fehlt also eigentlich ein gegenstand okay das hochschleuderteil wird benötigt damit wir überhaupt wieder zurück können weil da oben können wir nicht lang also ich kann mich jetzt da oben festhalten zweifel ist aber geht doch Mist hier können wir nicht lang und ich krieg den wandsprung nicht hin unser einzeln einzige möglichkeit ist also nur noch hier lang und warum bin ich hier nicht weiter wahrscheinlich weil hier auch kann ich hier einfach runterlaufen so ein greifarmbar auf jeden fall kommen wir wieder an volle energie ran in diese ebene okay hier könnten wir doch noch was erreichen wenn wir hier unten durchfallen kommen wir auf jeden fall warum komme ich hier nicht durch ich komme hier nicht durch irgendwie muss ich auch wieder durchkommen können ich kann mein glas nicht aufladen und wenn ich mich nicht irre im moment gab es aber etwas womit man den pflast aufladen kann und das haben wir nicht eingesammelt weil wir gestorben sind wir haben aber auf jeden fall jetzt gefunden wie es weitergeht dann gehen wir halt doch weiter gut dass wir volle energie haben und die ganze zeit mit geringer energie rumlaufen sonst wäre das jetzt hier sehr kritisch gewesen in der sekunde noch zu sterben wo wir es jetzt fast geschafft haben dahin zu kommen wo wir hinwollen so und die energie wollen wir umdrehen und wir wollen schauen ob wir hier rankommen und da hätten wir einen kleinen geheimraum gefunden aber so geheim war er eigentlich nicht er war ja ziemlich groß auf der karte angezeigt ich denke hier müssen wir auch wieder mit dem ball ran ah ok jetzt haben wir das hier aktiviert und einen energie tank bekommen ah das ist praktisch jetzt haben wir auf jeden fall schon mal das nächste Ziel erreicht ich gehe jetzt hier nochmal kurz lang und schaue ob da noch was war ok hier kommen wir nicht weiter dann sehen wir uns in der nächsten folge ich mache jetzt hier den schnitt gespeichert haben wir wer und ja auf wiedersehen moment erst mal finde wo ich das programm schließe jetzt auch wieder sind dann 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 Bis zum nächsten Mal.